auf ein neues zu einer weiteren folge von let's play nintendo sports in diesem fall mit dem echten flohradler jetzt gedacht oh gott zumindest ist jetzt der erste online part und wir werden uns gleich mal zwei sportarten wahrscheinlich vornehmen wir werden jetzt nicht so okay ja oder so kann er jetzt nicht sagen volleyball badminton dann bowling dann chanbauer oder wir machen es einfach wenn wir lust haben jetzt gibt es keine reihenfolge mehr und ihr werdet mich einfach weinen sehen deswegen und ich krieg natürlich einen schönen starken computer und ich kriege beide normal starke die mal gucken wie das ablaufen wird wohl lieber wie oft hast du schon wohl lieber also was bis kein zahl aber oft oder eher nicht so als es nun mal angespielt habe ich nicht gespielt aber das würde ich mir auch vorstellen können im verein zu spielen ich nicht weil er hat für mich den sportunterricht in der schule versaut ich habe die allgemeinen ball sportarten hasse ich vor allem wenn du selber kontakt mit dem ball haben muss wie zum beispiel volleyball oder basketball oder sowas ja weil an der koordination und so ein kram und ja finde ich immer schwierig und habe ich immer gesagt okay weil ich mach ich dich mit dann hat der lehrer nicht irgendwie krass reagiert und habe ich gedacht okay gut wenn er das jetzt nicht schlimm vielleicht einfach gar nicht mehr sport mit und ja das ist wie gesagt im sportunterricht für mich versaut habe ich nie wieder lust wurde immer schlechter und jetzt will ich kein sport mehr haben das moment auch nicht aber das wird sich bald wieder ändern du musst du nur hoch und runter schwingen wir musst du nicht und vielleicht ein bisschen nichts und recht ja ich habe die ganze zeit diese tennisbewegung im kopf immer alles zu früh nein block berührung sehr schön gefällt mir nicht ich mache es immer zu früh ich auch was immer was mache ich denn so der glaube ich auch noch basketball kommen laut data meinen mal gucken wie das wird ich habe doch was gemacht ich habe mich nicht los 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 ja kriegste nein zu früh vielleicht aber ja gut da war ich viel zu weit weg wie viele punkte braucht man fünf jetzt oh der war gut ja oh gott auch wenn man macht den eichhörnchen wegflogen richtig schlimm ich liebe es ich liebe es was sagst du gegen alles aufsteiger oh mein gott der aufsteiger kommt block 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 ein zu früh richtig intensiv ja auch man so gut am anfang ich will schon wieder nicht mehr wundervoll wundervoll spiel scheiße spiel gedreht alle ja komm du mich auch da liegt dir auf dem boden ja darauf ist das schluck das mit schluck ja dann nehmen wir jetzt lieber noch mal bowling wir machen erst bowling und dann tennis bowling ja damit janja aber wieder ein erfolgserlebnis hat weil ich bei bowling echt nicht so schmackhaft bin es macht er noch spezial sofort ich habe mich nicht auf bowling vorbereitet bist du für den rang bei bowling ich habe das ich habe das immer soweit gespielt dass ich rangehen könnte das ist das einzige was ich soweit gespielt habe ist schon da immer noch was wisst ihr da nicht ich habe ich glaube ich ein spieler so hängt gespielt das unterste ich habe doch gesagt ich habe nicht viel gespielt ja ist okay ist okay hier die spiele nach gott fortgeschritten kriege ich das hin ich krieg das bestimmt nicht hin ich habe so unterschätzt das rinnenball hey was ist das ich habe doch na was mache ich denn ich will jetzt schon wieder aufhören ne ach ich kann nicht mehr das ist aber schon schlecht hey ich habe doch gehalten du blödes ding scheiße ich lasse gar nicht ja ich habe zwei missgebäude sehr gut und wenigstens nur einmal das schlechte ich war voll unter druck mach jetzt weiter danke ach das ding oh zeitlimit finde ich gut das war die ganze zeit schon hä warum denn so weit nach rechts hä ich habe doch gar nicht gedreht will sie mich verarschen ich will nicht mehr ich habe den nicht gedreht ich drehe doch gar nicht den ball das ist gerade gar nicht gut aber du hast auch kein spare so gut ich ich versuche keine randoms das ist ein pc pc ist genau ja das ist noch drin also ich kann mich noch ein bisschen hoch arbeiten es ist schlecht beim letzten mal war ich besser ich warum hat sich der so gedreht was soll das ach man warum bist du jetzt soweit da ich verstehe es nicht bist du eigentlich direkt neben mir oder bist du direkt neben mir das ist scheiße geh doch zur seite geh doch zur seite deine mutter ich kann gar nichts gerade ich bin viel zu schlecht ich auch ich weiß nicht was los ist ich glaube wir müssen immer normal bowling spielen gleich nein pa 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 ich bin nur noch letzte Zeit gefangen oder du jetzt gleich aussortiert wirst nein das wird es hier nicht ja ich weiß oder du schwarz hättest du wohl gerne nein man könnte mir auch gar nichts ey mein erster strike ach hätte ich auch gehabt davor habe ich nicht mal ein Spear gehabt also ich bin schon zufrieden dass längst noch mal was passiert aber wenigstens das jawoll ich bin immer noch letzter das kannst du auch keinem erzählen nein aber so viel weiter vorne bist du gar nicht ne wenn man stricke ist dann kann man das auch drin glaube ich hierbei werde ich wahrscheinlich verkacken come on nein nein einer fehlt ach ich hätte dir doch sowas von gebraucht da wäre jetzt ein Spear ich habe auch noch ein Spear so geschafft nein ach man oh wenn ich das ganz langsam mache dann sollte es doch passen und das hat dir passt hä hey warum bin ich auf einmal so nah dran bei euch keine ahnung immer noch fast zehn punkte mehr als du als ach so das ist noch nicht drauf gerechnet ja okay gibt's hin aber du musst den eduardo besiegen ja das kannst du ja nicht bieten lassen ja mal gucken ob ich schaffe ich habe lange nicht weil das spiel gespielt ich darf das ja okay ist schon so alt das spiel ja das ändert nichts daran noch alter doch was tue ich denn warum mache ich das genau da wenn du das auch machst okay ich muss anders arbeiten nein er hat doch gewackelt der letzte er hat doch gewackelt nein ich bin doch scheiße nein du darfst dir den wiederholen mich angucken bitte nicht kann ich dann kann ich irgendwie gezielt dann angucken nein aber du siehst das glaube ich nee schade du solltest du auch nicht sehen das war so schlecht du hast ja gar nichts getroffen wow ja was ist das jetzt hallo ich will doch ja ja wieder ein und ruhig die sau nein so wollte ich gar nicht werfen mein joycon hat gerade gesponnen ja ja ich fühle gerade schon so meiner wird bei gold er bei tennis gleich richtig spinnen da die ganze zeit nicht funktionieren natürlich ich habe das ein gefühl es ist nicht gut das ist nicht gut und ich glaube du kannst dir nicht mehr einholen dann müsstest du jetzt strikes machen sei doch ruhig beziehungsweise beim letzten vielleicht kann ich mich noch ein bisschen ran arbeiten nein der war so gut aus ach deine mutter ey was kann die denn jetzt dafür ja wenn ich jetzt gleich keinen strike macht dann hätte ich gut gehen oh jan rutscht sogar runter gleich mhm oh oh auf den dritten es kann so nicht weiter gehen naja seid gemeinsam zweiter aber trotzdem also es ist nicht dein ansatz dein ansatz dein anspruch mal dabei sein ist doch alles ja alles stimmt für mich auf jeden fall aber für dich nicht warum drehst du dich denn so oh jetzt habe ich nur 9 ach ist das schlecht ich habe kaum spars hier überhaupt bis jetzt also 2 mal 0 2 mal 0 das kannst du dir nicht geben wer ach man dritter platz so eine scheiße wird ja überhaupt die 100 schaffen man weiß es nicht ja komm das sollte drin sein hoffe ich könnte knapp werden wenn ich jetzt ein strike mache habe ich noch chance auf den dritten oder so aber das wird nicht passieren auch ja das war ja gar nichts stimmt ja toll da habe ich nicht mal nochmal werfen belastet ja ganz schlecht auch immer noch mal ein bisschen ja könnte sogar zweiter sein jetzt noch ja immerhin nochmal ein bisschen rausgeholt da 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 bin ich nicht wunderschön nein du meinst du deinen normalen mien nicht das stimmt aber das wird noch kommen wie schlecht der ist die visage will keiner sehen ha 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 deutlich besser 90 wie toll sondern machen wir jetzt noch einmal kurz hier bis leiden für mich und dann reicht es auch für heute also wenn ich jetzt verliere dann dann kannst du das spiel gleich verkaufen wahrscheinlich wegwerfen egal nicht nicht ein spieler muss sich übertreiben denn jetzt ist nicht gespannt brauchst du nicht doch doch ich will das selber ich kann gar nicht zwei spiele müssen das war ja nicht mal knapp daneben der war gut der war ja noch ja genau das meine ich nehme ich das könnte spieler nämlich richtig gut warum nicht ich weiß nicht warum du so früh schlägst warum hast du zuviel auf das wäre super schlag da hast du wogegengeschlagen ich darf ja nicht mal was so hin aber war das so dass das hier pro satz gilt ja ich darf auch mal auch warum denn immer ja du steckst den ball zu setzen die eine richtung halt das gefühl ist ja gar nicht da bei dir ist es nicht aber das ist auch schwierig weil du den eigentlich gar nicht bekommen konntest das war schon gut dass du ihn hattest ja ich sag mal so tennis wird bei dir auf jeden fall nichts mehr als das ist das für ein müll spiel gut ja ich bin einfach gut das war ein krass richtig und den punkt den du gemacht hast ja dann muss ich dir lassen also das war das hat ja nicht passiert ja gut dann hoffen wir euch hat diese erste folge von let's play nintendo switch sports online gefallen und ich hatte ja auch nächste folge wieder einmal sehen was wir dann machen das hat mir verspannt und ihr solltet einschalten nicht erpassen und das nächste mal tschüss tschüss Bis zum nächsten Mal.